Das fährst du, das du nicht. Nein, das fährst du, das du nicht. Das sind drei Stunden wiederkommen. Kannst du werfen? Hat sich noch nichts geessen? Dann finde ich das immer wie geil. Dann ist Norden wahrscheinlich ganz woanders. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's gar nicht Norden. Das ist ein reicher Weg. Ja. Oh, lecker. Du fährst links nach Schwerin und rechts nach Südost. Also von mir aus gesehen. Du fährst links nach Schwerin von der Autobahn und rechts nach Südost. Das darf die Ausfahrt sein, aber nicht geografisch Nord-Süd-Ost. Nord-Süd-Ost. Nord-Nord-Süd-Ost. 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 Das brauchst du nicht zu tun. Nord-Süd-Ost. Aus dem Westen komm ich. Ich bin nach Nord-Süd-Ost. Ich hab's da auch fortgefahren. Augen Sie mich mal an. Das war im Tag, das war unter ... Ach, na ja, gut, aber das war ja auch im Osten. Das ist genau der selbe Weg gewesen, wie gut sie im Nord. Bisschen bei einer Runde. Ja, bei Marne. Weil das so haut aus. Ja, ist ja auch in Ordnung. Hier unten die Post. Da muss ich ja stehen. Das war ein Ding. Du bist besser gewesen. Du bist besser gewesen. Höher. Höher. Kann das nicht. Wir haben noch zwei Stunden. Wir haben noch zwei Stunden. Aber du gehst doch mal mal. Wir werden mit dem. Ja.